Hallo Leute, ich bin Olaf und willkommen zu einer weiteren Folge von Civil Tatem. Was machen wir heute? Ja, heute habe ich vor weiteres zu bauen, also hier wächst. Ihr seht alles, letztens haben wir das hier gebaut. Bäckerei, da ist noch nichts und niemand drin, weil das noch wächst. Haus wird gebaut und heute würde ich gerne, also wir haben vier Holzfäller und zwei Farmer. So, heute möchte ich. Das Haus wird gebaut, das heißt mehr Häuser zurzeit brauchen wir nicht. Ein Haus ist noch leer, das ist gut. Hier lebt jemand, da lebt jemand und hier ist noch frei. Okay, das heißt in der Zeit brauchen wir aber was anderes. Und zwar Leute, ich will heute Minen bauen. Das glaube ich, hier wird eine Mine für Eisen. Hier wird ein Eisen vorkommen. Und dann eine weitere Mine, Stein. So, wir haben zurzeit zwei Minen. Und noch dazu bauen wir jetzt. So, wir bauen erstmal hier eine Mine auf. Ähm, ich will noch dazu was machen. Wie sieht es aus? Da wird gesammelt. Gut. Wie sieht es mit der Jagdhütte aus? Da wird noch die Jagd. Sehr gut. Da können wir gleich drei Stück, ähm, Kleidung machen. Da wird gefischt. Ähm. Wie sieht es aus mit dem Essen? Naja. Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Fischen, Scouting. So. So. Ich werde weiter hin. Was ist das? Leder brauchen wir hier, ne? Noch ein paar Werkzeuge. Weil wir keine haben. So. So. Wie sieht es aus? Keine neue. Ich will noch hier rein einschieben. Nach den Minen. Gibt es eigentlich hier einen Miner. Und die werden einfach in der Mine das Ganze raustragen. So. Wir haben noch einen. Noch mehrere oder so. Nein. Äh. Das Haus steht noch. So. Da wächst alles. Da wird es gesammelt. Und zum Sammeln gibt es noch Tiere. So. Wir sind zu 30. Zehn Kämpfer haben wir. Kiddies haben wir sieben. Okay. Okay. Wir haben noch. Wir schicken einen mal zum Fischen. Und einen hier hin. Ne. Fünf will ich nicht. Vier reicht es aus. Einen zum Sammeln. Okay. Wir haben noch ein neuer Willinger. Das heißt. Wenn das ein Baby ist. Ja. Das ist ein Baby. So. Ihr sollt. Weiterhin sammeln. Wird jetzt rausgekloppt. Und Steine oder Eisen. Der so rumliegt. Gibt es keine mehr. Doch hier. Da aber das sind so Steine. Eisen haben die so. Alles. So rausgetragen. Ja. Sieht aus. Ja. Dann können wir eigentlich. Dann sagen. Ein bisschen Salz zu tragen. Weil. Wir können dann. Essen. Hier. Ähm. Sozusagen. Kochen. Oder. Smoken. Ich glaube. Aber dazu brauchen wir. Schauen. Das lasse ich dann mal. Ich will mal gucken. Leute. Ich will mal schauen. Wegen. Sag schnell. So schnell, ich will gucken wegen Mine, wie die dann, so wie die dann funktioniert. Okay, wir haben neue Animals in der Video, da sind Animals. Oder umgekehrt, die Animals sind nicht da, ne. Wie sieht's aus? Okay, da wird noch getragen. So, wir müssen gucken heute, wir schauen mal, wie sieht's aus. Uh, die haben hier stattgefunden. Wir können denen anbieten, warte mal, was brauchen die? Okay, die verkaufen Wissen, Leder und die kaufen, okay, das können wir mal, denen einbieten. Wie viel können wir einbieten? Die verkaufen. Wartet mal. Nochmal, die verkaufen. Also, wie kann ich? So. So, vier Stunden. Wir haben jetzt einen Karem hingeschickt, ich glaub, wir werden jetzt endlich mal was verdienen. So, wir können endlich mal was verdienen, Leute. Die Nachbar. Ja. Okay, wir haben Salz. Ja, haben wir. Das heißt, wir können eigentlich, haben aber keinen Fisch. Warum eigentlich? Ich hab doch, ich hab doch, ich hab doch, hm, ist was gewachsen. Also, hier werde ich erstmal gar nichts verändern, außer später vielleicht hier. Okay, wir haben das erste Gold verdient. Sehr gut. Okay, die kaufen weiterhin, die verkaufen Kühe. Ja. Da kauf ich doch mal einer. Äh, ne. Wir müssen erstmal denen was verkaufen. Anders geht's. Wir müssen Kühe kaufen. Unbedingt. So. So. Okay, okay, okay. Okay. Das heißt, solange wir drauf hier, ähm, Geld machen können, machen wir das auch. So. Wir werden viel Gras sammeln, solange wir da, ähm, Geld machen können. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich will das kaufen. Ich will das kaufen. So. Die Seeds werden wir nächstes Jahr hier einsetzen. Und wir haben. Er wird gerade gemacht. Und wir setzen jetzt einen Bäcker. einen Sitz hier, ähm, zwei hier, das sollte ausreichen. Jetzt ist die Frage, haben wir Sitz? Ne. Leider nicht. Wir haben Sitz für, für was anderes, für Alk, haben wir Sitz. So. Die Fischer haben wir ja, das gerne auch mal. Okay, 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 okay. Wie viel Salz haben wir? Genug. Jetzt wird es Zeit, dass wir ein bisschen Steine sammeln. So, da wird weiterhin gefischt. Und da fehlt noch Eisen. Haben wir Eisen? Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Nicht genug Leute. Wir müssen gar nichts hier abziehen. Die Bitterei, die sollen mal. Erstmal zehn Brote backen. Und wir haben, da leben Kinder von Wulff, gut, wir brauchen noch ein Haus, zur Sicherheit. Aber das erst mal, nachdem wir, okay, so jetzt machen wir Smoke mit, da wird gerade Fleisch geräuchert. Die Fische sollen auch mal gesmoked werden. Okay, 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 wir müssen weiterhin einkaufen, Leute, wir müssen gucken, dass wir, oh ja, dass wir an Seeds kommen. Also, die kaufen Seeds und Eisen. Okay, eins, zwei, drei, vier. Wir kaufen eins, zwei, drei, vier, fünf. Config. Weil wir brauchen einen weiteren Sitz für Brotbacken und so weiter. So, wie sieht's aus mit dem... Ja, der wird gebaut, und wir haben Winter. So, wir warten ab, Leute. Wir bauen jetzt noch ein Haus. Wir können mal hier so richtig Geld machen. Okay, wir haben weitere Sitz. Ähm, weitere Sitz. Wir haben 19 Sitz. Wofür hatte ich die gekauft? Keine Ahnung. 10 Sitz von Grape. Okay. Frage. Und zwar... Äh, folgendes. Hier, Werkzeuge haben wir. Hier sieht's alles gut aus. Ich brauche noch ein paar Waffen vielleicht. Gut. Ähm... Du bist als nächstes dran. Also, wir brauchen auf jeden Fall... Okay. Mine 1, gebaut. Frage. Da sind übrigens Brote. Ein Brot haben wir gebaut. Okay. Okay. Ein Brot haben wir gebacken. So. Jetzt ist die Frage. Ähm... Wegen der Mine. Wenn ich jetzt auf Metall mache. Also auf Eisen. Geht ihr jetzt in der Mine? Eisen sammeln? Das ist die Wind. Da sind die Wind. Es wird weiteres Min. Es wird gebacken. So. Jetzt ist die Frage, habe ich eigentlich, ich sollte eigentlich einen Jan, ich will den mal zum Scouten schicken. So und zwar, Scouten mal hier, ich schau mal nach, was die, das will ich nicht verkaufen. Die brauchen sie zum Brot. Als die kaufen 17 Brot, warum habt ihr denn dieses Brot verkauft? Da warten wir noch. So, jetzt ist die Frage, funktioniert unsere Miene. Also bringt mal, geht mal in die Miene. Weil nachdem das Haus fertig gebaut wird, ja, werden wir etwas anderes bauen. Wir haben Salz. Holz haben wir zu wenig. Wir haben zwar viele Arbeiter, aber wir müssen jetzt gucken, dass wir das Haus fertig bekommen. So, wir brauchen ja viel Holz für Häuser, für Bauern und für Häuser. Und ich weiß, dass die jetzt im Winter nicht jagen können, aber wir können mal Winterkleidung für sie machen. Da wird, glaube ich, auch nichts mehr gesammelt. So, jetzt gucken wir mal, was die so brauchen. Immer noch das Gleiche. Die eine Miene ist gebaut, aber warum arbeitet keiner? Zweite wird gerade gebaut. Also, da brauchen sie Steine. Sollen sie doch machen. Also, da brauchen sie Steine. Habe ich genug Steine? Habe ich. Eigentlich für den Bau. Und die brauchen Holz. Leute, da brauche ich schon einen, der auch mitbaut. Und ich brauche einen Fischer. Ich weiß, ich kann die abziehen, aber ich will, dass die selbst alles auf Maximum haben. Und die neuen Leute, die dazukommen, beziehungsweise die neuen Erwachsenen, werden einfach reingeworfen. Wenn die anderen sterben. Oder so. So, jetzt muss ich mal gucken. Und zwar, ihr seht, wir haben noch Kinder, die gar nichts machen. Ich muss mal gucken. Also, wir haben ziemlich viele Leute hier. Die haben gute Jobs und so. Im Frühling werden wir 10 davon machen. Und 10 davon. 9 behalten wir. Wie sieht es aus? Also, das funktioniert ja schon mal. Also, nicht jährlich, aber es funktioniert. So, geh mal da hin. Und dann gehst du zurück. Was brauchst du? Der kauft Kleidung. Salz. Verkauft aber. Ja, das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen nur Tiere. So, ich glaube Leute. Für heute machen wir erstmal Schluss. Wobei, ich wollte eigentlich die Minen machen. Erstmal zu Ende bauen. Aber wie lange dauert es noch? Ja, ziemlich lang. Also, ich warte offscreen, bis das fertig gebaut wird. Dann, wenn das Frühling anfängt, setze ich schon mal die Setzlinie ein. Wolle ich das Haus, damit wir nächstes Mal uns um etwas anderes kümmern können. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat es gefallen. Wenn ihr wisst, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal. Euer Ronval V3. Tschau.